Soll der Wolf in Österreich heimisch sein dürfen oder nicht? Almbauern und die Jägerschaft fordern schon seit langem den Abschuss der Tiere. Aber noch werden die Wölfe durch eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 1992 geschützt. Landwirtschaftsminister Totschnik von der ÖVP will das ändern. Freilaufende Schafe sind ein gefundenes Fressen für den Wolf. Der wirtschaftliche Schaden für Almbauern ist groß. Österreichs Landwirtschaftsminister will daher den Schutz der Wölfe lockern. Wir wollen nicht zuschauen, wie die Almwirtschaft bedroht wird und gefährdet wird und gleichzeitig ein strenger Schutzgeld für ein Tier, das nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Wir fordern, dass die Entnahme von Problemwölfen, die wiederholt Risse tätigen, die wiederholt ins Siedlungsgebiet eindringen, entnommen werden können. Der Abschuss von sogenannten Problemwölfen ist bereits jetzt erlaubt, aber mit strengen Auflagen verbunden. Eine Alternative wären Herdenschutzmaßnahmen, Altbewährte wie Zäune oder Hirtinnen und Hirten oder neue wie das Chippen von Wölfen, so der Koalitionspartner. So wüssten unsere Bauern und Bäuerinnen, wo denn ein Wolf unterwegs ist und könnten dann gezielt ihre Tiere schützen. Es wüsste aber auch der Naturschutz, wo ihre Wölfe unterwegs sind. Und es könnte, wie das leider in Österreich passiert, der Wolf nicht einfach heimlich geschossen und vergraben werden. Eine Mehrheit der EU-Staaten ist bereit, zumindest über das Thema zu diskutieren.